Was passiert, wenn man den Supermarkt-Simulator und den Internet-Café-Simulator nimmt? Danke, Umi. Und dieser zu einem Spiel zusammenpackt? Digga, was ist das für eine Tode? Das ist die Todesmaus. Schaut bis zum Ende um zu sehen, wie ich über 100k Umsatz gemacht habe, indem ich meine Kunden verdresche und meinen Gewinn regelmäßig im Casino vermehre. Kein Drecksäcker, ihr kriegt mir nicht. Wie doof ist das denn, Digga? Das kann doch nicht sein. Den Shop-Namen. Wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen in einer Brand. Und zwar, wie nennen wir denn unsere Marke? Unseren Internet-Café und Supermarkt in einem? Ganz klar, die Bierstube. 69. Sehr schnell habe ich die für mich wahrscheinlich wichtigste Spülmechanik gefunden. Ich kann schlagen? Hey, warum rennt der? Lass still, du Hund. Lass still, du Gurke. So werde ich dich abstechen, Mann. Jetzt kommen sie gegenseitig. Was ist das denn? Alter, die Frau hat gewonnen. Ich habe eine Idee. Bolognese. Auf jeden Fall, hier ist es. Die Bierstube 69. Traumhaft. So habe ich mir mein Lokal schon immer vorgestellt. Ach du Scheiße, wie sieht es denn hier aus? Wie sieht es denn hier aus, Junge? So ein Casino. Oh mein Gott, das hätten die nicht einbauen dürfen. Guten Tag. Hier trifft sich auf jeden Fall die High Society. Das sieht man direkt. Ach du Scheiße. Wie so ein 8a-Miga-Miga. Was haben die denn mit dir gemacht? Warum hat der so einen gequetschtigen Kopf? Warum sieht der aus wie eine zerdrückte Bier, ne? So eine Runde zocken habe ich gehört. Blackjack, wie geil ist das denn? Ja, komm, so eine kleine Runde. Die schadet doch nicht, oder? Die hat noch nie geschadet. 2000 haben wir. Komm, setzen wir an 100er. Erst mal antesten, ja? Erst mal antesten, ja? 15, ja, ist das schon mal scheiße. Ja, was soll ich machen? Egal, was soll ich machen? Verdopplungstrick, komm. Verdopplungstrick. Das funktioniert, glaub mal, glaub mal. 20. Auch 20. Okay, okay. Nochmal 200. Voila, vertraut mir. So viel. Ja, 16 ist schon mal scheiße. Immer drauf stehen bleiben. Geht nicht anders. Verdopplungstrick. Vertraut mir, ja? Vertraut mir. 600, so, wir sind wieder bei 0. Und jetzt noch mal kleine und softige 100er. Das schadet doch nicht, oder? Jawohl, ja! So, jetzt haben wir den Lauf. Jetzt können wir es natürlich nicht so stehen lassen. Was soll ich machen? 9. Noch 100er, komm. Jetzt kommt das 7. Komm, das ist doch 100er, das ist doch die Scheiße. Komm, 17. Mit bisschen Glück. Mit bisschen Glück. 7. 11. 11. 18. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. 500. Hube, Dame, König, irgendwas. Das wird jetzt kommen. Vertraut mir. Sag ich doch. 300. 15. 22. 2020. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 24. 24. Willst du mich da nicht verarschen? Und so haben wir aus 2000 Dollar 75 Cent gemacht. Kuh nicht so dumm, Junge. Vertraut mir, Freunde. Okay, wir haben jetzt noch einen Cent. Für jeden normal denkenden Menschen wäre hier das Aus gewesen. Aber nicht für uns. Moment mal. Die droppen Geld, wenn man die umschlägt. Wir haben wieder 120 Dollar. Ich habe eine Idee. Und zwar schlage ich einfach eine und sorge dafür, dass hier die nächste steckt. Und die wiederum sorgt dafür, dass die nächste geschlagen wird. Kohle. Wir haben 270 Dollar, die wir nur verdient haben, indem wir fremde, unschuldige Menschen auf der Straße verkloppt haben. Es gibt eigentlich jetzt nur eine schlaue Möglichkeit, die wir machen können. Starlight Casino. So, da bin ich wieder, ihr Ficker. So. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich immer, ja. Ja, so ist das eben. Wenn man so ein Gewinner-Typ ist wie ich, ja, der einfach Geld anzieht. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Komm mir wieder. Ich lasse es erstmal gut sein fürs Erste. Denn die richtige Kredite, die wartet erst noch auf uns. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne einen Mülleimer. Ich hätte gerne einen Besen. So, was haben wir denn hier? Oh, der ist ja süß. Holztisch. Plastikstuhl, Alter. Der kann dem Ding sitzen und sich ein Bierchen schlürfen. Alter Computer, ja, das muss reichen. Vintage-Monitor. Vintage-Tastatur, kein Thema. Vintage-Maus. Kaufen. Okay, was haben wir hier? Eine alte Möhre. Oh, ach du Scheiße. Ja, komm mal schnell reingestürmt hier. Mhm, 14,50 Dollar pro Stunde. Das ist noch nicht so lukrativ. Ich kenne ein besseres Modell. Das ist jetzt also die eine Hälfte vom Spiel. Wir kaufen PC-Setups, können den Preis pro Stunde angeben, der natürlich nicht zu hoch sein darf. Müssen anfangs jeden Auftrag manuell akzeptieren und die Atzen müssen dann abcashen. Passt du jetzt hier? So, ja, geh mal her. Danke. Oh, 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 oh. Knie, der. Kohle, 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 Kohle. Danke. Komm mal, die Omi hier vom Rechner, ne? Hey Omi, was ist denn los hier? Komm, bisschen schneller Omi, bisschen schneller. Komm, 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 komm. Jawoll. Am Anfang hat man natürlich noch relativ wenig zu tun. Entsprechend konnte ich meine wahre Identität ausleben. Ich renne nachts über die Straße und verprügel irgendwelche Leute. Manche nennen mich einen Psychopathen. Ich nenne mich Batman. Im Wahresleben bin ich Uwe, 35. Und in der Nacht bin ich... ...Wettkrieg. Oh. Was, ich brauch Ruhe? Quatsch. Hör mal, da ist hier ein 24-Stunden-Betrieb. Hier wird nicht Schluss gemacht. Hör mal Schluss, bitte nicht. Oh, ich peng gleich ein. Wo wohn ich nochmal? Scheiße, wo wohn ich nochmal? Brauchst du schnell Energie? Glück gehabt. Also ehrlich, ich hab vergessen, wo ich wohne. Ich glaub, ich wohne hier, oder? Ne, jetzt bin ich ehrlich. Wo wohne ich denn nochmal? Ne, hier hinten wohne ich. Oh mein Gott. Okay. Feierabend. Die nächste Stunde sah folgendermaßen bei mir aus. Sobald ich genug Geld hatte, hab ich mir das nächste PC-Setup gekauft. Am Anfang konnte man ganz easy immer mehr PCs eröffnen und die wurden dann auch sehr schnell voll. Ach du Scheiße, was wollt ihr denn hier? Irgendwann war es dann natürlich sinnvoller, die Setups upzugraden, weil wir irgendwann so viele hatten, dass der Laden gar nicht mehr gefüllt war. Der Geil, der hat die klaut. Der klaut einfach. Was ist das denn hier? Schon wieder einer. Was ist das denn hier? Bleib mal steady, du Arschloch. Jetzt hören wir die ganzen Laden hier auseinander. Ich glaube, es suckt doch wohl. Eine Klasse im Supermarkt. Komm, die nehmen wir. Zigarettenpapier. Wölzige Kartoffelchips. Bier. Na, Schönheit. Um Schönheit kümmern wir uns später. Muss ins Lager eingepackt werden. Kann ich jetzt Kartoffelchips aufhören? Marktpreis? Ja, dann machen wir 3,50. Unser erster Kunde. Schönen guten Tag. Ah, okay. Auch Ware bestellen darf man natürlich nicht vergessen. Und dreimal Kartoffelchips. Alter, ist das viel. Ich kann da jetzt nicht echt. Für jedes scheiß Produkt hier. Das lange rüberlaufen, ey. Das ist ja echt Arbeit. Ach du Scheiße, ey. Wie sieht es denn hier drin aus, ey? Sag mal. Bitte nicht so aus dem Band werfen, oder? Einfach mal ordentlich hinlegen. Was halten wir denn mal von sowas? Kleine Kack-Sau hier. Hier so eine Trennwand hinau, ne? Und die können wir jetzt hier hinstellen. So. Das Game macht auf jeden Fall mies süchtig. Mit jedem Level werden neue Produkte freigeschaltet, die man ins Sortiment aufnehmen kann. Dafür muss man dann wieder neue Regale kaufen, für die man aber erstmal Platz haben muss. 6.600. Oh. Guck mal, hier geht es auf einmal runter. Und in der Zwischenzeit muss man aufpassen, dass nicht geklaut wird und man nicht verhungert. Sag mal, was ist das denn hier? Habt ihr genau gesehen, sie kleine Drecksau da? Guckt euch die Bude an, ey. Die wird komplett auseinandergenommen hier. Die bestehenden Produkte dürfen natürlich nicht ausgehen. Also muss man nachbestellen und die Ware wieder einfüllen. Junge, dieses Lager. Das müsste eigentlich viermal... Was guckt ihr das an hier? Was ist das hier? Und wem das nicht ausreicht, der kann auch den Laden mit Pflanzen, Neonschildern oder hässlichen Tapeten zugleistern. Bäh, bäh.